Man hat die einfache Szene, man sieht einen Dorfplatz, man hat eine Dose in der Mitte und möchte gerne, dass diese Dose, weil ein Windstoß kommt, über den Dorfplatz duckert. Der Windstoß wird nicht da sein an dem Tag, wo ich es drehe, also hole ich mir eine Windmaschine. Das selbe haben wir gemacht, also bei der Szene, wo dem Springenschmidt durch eine Windstoß der Hut vom Kopf fliegt. Also es reicht nicht, das ganze Zeugen ankarren zu lassen, sondern man muss wirklich genau wissen, was kann ich mit was erzeugen und wirkt das dann auch so, wie ich es mir vorstelle. Die Frage ist, ob man nicht einfach in Spoltner, aber das sieht man nicht in Spoltner-Straubsacker. Ja, das waren das Römer's Trüge eigentlich. Ja, genau. Das waren das Römer's Trüge und das waren das Römer's Trüge. Ja, ich habe das Römer's Trüge. Warte! Das ist das Wund! Danke. Halt! Cut, danke! Das löschen wir dann wieder ab, damit wir das machen können, bevor wir den Staden wirklich anziehen. Na klar. Los, Fritz, los! Feuer einzusetzen, um einen Stadel niederzubrennen, man hat eine Chance. Es gibt einen Stadel und wenn der brennt, dann brennt er. Das löschen wir dann wieder ab, damit wir das machen können. Das löschen wir dann wieder ab, damit wir das machen können. Das löschen wir dann ab, damit wir das machen können.